Meine Damen und Herren, durch ein Versehen wurde eine Szene des soeben gezeigten Films wiederholt. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Mit dem heutigen klassischen Abenteuer Vera Cruz setzen wir morgen Abend um 20.15 Uhr unsere Reihe mit Filmen von Robert Aldrich fort. Zum Programmschluss, verehrte Zuschauer, nun letzte Nachrichten. Fachleute der Union und der Freien Demokraten haben heute die Grundzüge der künftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik einer Koalitionsregierung von CDU, CSU und FDP erörtert. Mit dem Ergebnis wollen sich morgen die Vorsitzenden von CDU und CSU, Kohl und Strauß, bei einem weiteren Treffen mit FDP-Chef Genscher befassen. Genscher sagte in Wiesbaden, die Freien Demokraten könnten bereit sein, bei einem Bündnis mit den Unionsparteien einer Erhöhung der Umsatzsteuer bei einer Senkung der Einkommens- und Lohnsteuer zuzustimmen. Das gleiche gelte im Hinblick auf eine Belastung der höheren Einkommen. Das gleiche gelte im Hinblick auf eine Erhöhung der neuen Einkommen. Das gleiche gelte im Hinblick auf eine Erhöhung der neuen Einkommen. Musik 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 Musik